Ob ihr es glaubt oder nicht, wir spielen wieder Hearts of Iron 4 und bringen heute die Achievement-Serie weiter voran. Wobei ich sagen muss, heute freue ich mich überhaupt nicht auf das Ganze. Denn heute müssen wir, ich glaube sogar eines der nervigsten Achievements überhaupt machen. Also ich habe mich dafür entschieden. Wir spielen nämlich als Island. Island ist untertan der Dän. Island ist ein kleines Land. Island ist relativ am Arsch. Und wir müssen, ich glaube hier irgendwas erobern. Ich gehe einfach mal kurz rein. Und ja, ich spiele nur auf regulär, weil ich habe echt keine Nerven mehr dafür. Auf höherem Schwierigkeitsgrad habe ich es schon ein paar Mal ausprobiert. Adweek funktioniert in den letzten Monaten. Deswegen machen wir es jetzt heute immer auf regulär. Und wenn es jetzt dann immer noch nicht funktioniert, dann lösche ich das Spiel einfach und fasse Hearts of Iron 4 nie wieder an. Gut, wir haben ein paar Achievements als kommunistisches Island. Wir müssen mal Aufstände gegen die Briten beginnen. In Schottland, Wales und Nordirland. Wir müssen Großbritannien besetzen. Wenn das rein theoretisch noch funktionieren würde. Und wir müssen neu Fundland erobern. Das wird wahrscheinlich mit das Bekloppteste, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber wir werden sehen, ob und inwieweit wir das heute hinbekommen. Aber eine Sache, die habe ich schon mal gesehen und die ist auch komplett richtig. Wir werden nämlich heute nicht unser König machen. Wir kennen das aus Deutschland. Nicht mein Kanzler oder nicht meine Kanzlerin. In Island heißt es nicht mein König. Denn der einzige Weg, den wir heute gehen werden und der funktionieren könnte, ist der kommunistische Weg. Denn das gibt uns ein paar coole Steady's. Darauf komme ich dann gleich noch zurück zu greifen. Und dann hoffe ich tatsächlich noch, dass wir irgendwie Aufstände in Großbritannien verursachen können. Weil wenn wir nämlich das über Spionage machen müssen, sehe ich die Wahrscheinlichkeit bei 0 Prozent, dass wir erfolgreich sind. Ansonsten vielleicht mal Laurest Stor deaktivieren. Dann können wir nämlich hier wieder hergehen und einen Coup machen. Aber ich weiß nicht, das gucken wir uns jetzt mal an, wie es läuft. Je nachdem kommt gerade was. Man muss ja nicht immer alles blind machen. Wir können ja mal theoretisch gucken, wie das Brexit-Achievement am besten funktioniert. Gut, ich habe dazu absolut nichts gefunden. Das bedeutet, dass das Achievement rein theoretisch so einfach sein sollte, dass es dafür auch keinerlei Bedarf gibt, irgendwelche Info oder Guide-Videos zu machen. Deswegen vertraue ich jetzt einfach mal dem Schwarmwissen, dass es hier kein Schwarmwissen gibt. Und hoffe, dass es ganz easy peasy funktioniert. Schaltet entscheidungfrei, die kommunistischen Aufstände in Wales, Schottland und Nordinland provizieren. Naja. Hätte man vielleicht mal fünf Sekunden mehr gelesen, statt zwei Minuten zu suchen. Übrigens unsere aktuelle Produktion, na, sieht richtig geil aus. Ich weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Ausrüstung und den ganzen Waffen da. Übrigens auch Island eine der Nationen, die sehr, sehr schöne neue Berater bekommen haben. Einer davon heißt Olaf Torlachius oder irgend sowas. Der ist jedenfalls fortschrittlicher Arzt und sorgt dadurch dafür, dass mehr Menschen in unserem Land leben. Klingt für mich ja jetzt eher nach jemanden, der irgendwie so Frankenstein-Devil Menschen auferstehen lässt. Aber gut. Das ist übrigens auch generell im Arsch. Entwaffnete Nationen, was wir nicht ändern können. Wir tun alles rausballern, was wir haben. Und wir sind isoluzianistisch, was genauso beschissen ist. Wenn ich jetzt hierher gehen möchte und irgendwo kommunistisch suche, dann finde ich ja auch nur so halbgare Kommunisten. Aber nee, was wir kriegen können. Ach ja, irgendwie langweilig. Weil man ja nicht viel machen kann, ne. Man kann nicht bauen, man kann nicht rekrutieren, man kann nicht aktiv in irgendwas eingreifen. Man ist einfach da am Generalstreck. Das klingt ja gut. Ein Nazi-Sympathisant. Schrecklich. Ich distanziere mich natürlich zutiefst von solchen Sachen. Vorbereitung auf die Revolution. Ich muss langsam aufpassen, was ich hier vorlese. Das ist zwar alles im Spiel drin, was für alle verfügbar ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere BND-Mitarbeiter schon Fingerzucken bekommt. Auch interessant, dass der Punkt einfach umgangen wurde. Und ich weiß nicht mal warum. Jetzt könnte man rein theoretisch schon mit der Krone brechen. Aber soweit ich weiß, ist das der Moment, wo dann auch Dänemark einen Krieg erklären kann. Und naja, wir haben keine Soldaten. Deswegen suchen wir erstmal nach Bodenschätzen. Und nein, Kommunisten beeinflussen die Außenpolitik. Das ist sowas Schlimmes aber auch, wenn man bedenkt, dass wir eh schon zum Großteil Kommunisten sind. Wer jetzt trotzdem schon ein bisschen früher versucht, mit der Krone zu brechen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Dass ich ein paar Fabriken mal bekomme, weil aktuell, naja, ich habe gar nichts. Ah, Österreich-Hungarn ist back in town. Natürlich. Klar, willkommen. Heute haben wir wieder die super Mittelmächte. Okay. Das ist, ich glaube, es ist eine 50-50-Chance. Aber es hat funktioniert. Wir sind unabhängig, Freunde. Ja, wir sind wieder ein Land, welches alleine denken und handeln darf. Die Weltherrschaft steht nun zum Greifen nahe. Gott sei Dank. Da fördern wir doch gleich mal die Arbeiterrevolution. So. Ja, internationale Brigaden in der Woche nochmal 50 extra Soldaten. Die können auf den Farmen arbeiten oder bergabtragen. Keine Ahnung. Aber wo abtragen? Wir haben 17 Eisen bekommen in der Zwischenzeit in unserer Bude. Wir sind übrigens in der Zwischenzeit die Arbeiterrepublik geworden. Ich meine, immerhin haben wir ja 119.000 Arbeiter. Das ist in etwa 1% von dem, was in den deutschen Panzerfabriken aktuell arbeitet. Naja, deswegen verbieten wir erstmal Demokratie, Faschismus, alles weg. Also, nur im Spiel natürlich, nein, echt natürlich nicht. Haben jetzt tatsächlich eine Division bekommen. Die isländische Expeditions-Force, achso, da unten steht es Force, also isländische Expeditions-Truppe oder so. Haben sogar ein paar Waffen ausgegraben aus den tiefsten, untersten Vulkanebenen. Und hocherfahren sind sie auch noch. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit 35 Armee-Erfahrungen. Jetzt kommt der wichtigste Punkt überhaupt ever für Island. Ohne den wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, irgendwas zu erreichen. Nämlich ideologische Loyalität. 500-wöchentliche Manpower, das ist big. Das bringt so viel extra Manpower ins Feld. Und das dürfte jetzt auch dafür sorgen, dass wir tatsächlich im Laufe der nächsten Monate und Jahre ein bisschen was hinbekommen. Weil wir müssen ja irgendwie die Briten erobern. Also, keine Ahnung wie, wo, wann, aber irgendwie müssen wir es schaffen. So, Infiltration der britischen Inseln. Da ist das Ding. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung mehr. Ich glaube, ich habe es mal im Livestream damals bei Release gemacht, aber seitdem keine Ahnung mehr. Ja, auch schon wieder ein Jahr her oder so gefühlt. Das ist übrigens auch nochmal nice. Internationale Arbeiter anlocken. Es ist so, als wenn man Candy in einem Truck anbietet. Ich werde das jetzt nicht weiter aussprechen. Egal. Mal rein mit euch. Dann schauen wir bei den Entscheidungen. Einen Aufstand anzetteln. Was wir dafür machen müssen, ist, wir müssen Kommunisten unterstützen. Oh, das könnte aber sehr nervig sein. Müssen jetzt dann quasi in Irland und im Vereinigten Königreich die Kommunisten pushen. Internationale Forschungsgemeinschaft, eine sehr gute Sache auch für uns. Habe übrigens immer noch keine einzige Militärfabrik, no joke. So, die spionieren ja schon entspannt rum. Was wir jetzt machen müssen, ist Propaganda. Das sorgt für Zuwachs für unsere Ideologie. Aber das dauert ja Jahrhunderte. Hilfe. Ah gut. Kommunismus 0,1 pro Tag. Oh Gott, hier in Irland müssen wir natürlich das gleiche machen. Hier ist 0,05, noch weniger. Oh Gott, oh Gott. So, wir nehmen nochmal Gisli Blöndal mit rein. Einfach nochmal extra Agenten. Man weiß ja nie, wofür man die brauchen kann. Zum Beispiel, um die ideologischen Voranschreitungen zu verschnellen. Oder so. Super deutsch. Top 10 von 10. Um das ideologische Pushen der Ideologie zu beschleunigen. Ach egal, der Satz ist scheißegal, wie du es denn sagst. Ah, da ist der Kommunismus auf dem Vormarsch. 15% brauchen wir. Kommt mir gerade vor wie so ein Opernsänger, der in der Oper steht und ganz laut schreit. Der Kommunismus erkommt. Kann ich jetzt aber leider nicht machen, ansonsten klopft die Polizei. Herr Krabbe, machen Sie nicht so einen Krach hier mitten in der Nacht. Ich denke, ich kann nichts mehr bauen, Alter. Ja, zwei weitere Militärfabriken durch lokale Rüstungsindustrie. Ich weiß ja nicht, wo wir die hinbauen. Ich meine, vielleicht ist hier irgendwo noch Platz zwischen irgendeinem fetten Hügel oder irgendeinem Vulkan oder irgendeinem Fluss oder so. Keine Ahnung. Irgendwo werden wir sie schon reinpflanzen, wie hier oben auf dem höchsten Berg. Wo allein schon auf dem Weg zur Schicht zehn Arbeiter jeden Tag sterben. Hoppata, ist gesunde Nachproduktion da. Ah, nach Öl und Gas vor der Küste bohren. Das ist doch schön. Würde Deutschland auch gerne machen. Na, die Republikaner haben gewonnen. Ah, das Haustier der sozialistischen Sowjetrepubliken. Da wünsche ich denen mal viel Glück. Ja, wobei, die werden auch gewinnen. Die stoßen einmal quer durch das sowjetische Herz wie ein heißes Messer durch eine leckere Sachertorte. Und dann wird gegessen. Also wenn gleiche Agenten den gleichen Job machen, ist das schon mal scheiße. Und die Gegenspionage ist hier enorm hoch. Ich habe aber keine Ahnung, was ich machen kann. Könnte man vielleicht einfach hergehen und so einen Agenten umben, geht da leider nicht. Und das ist genau das Ding, was ich immer scheiße finde, auch bei der gesamten Spionage. Du kannst nicht wirklich so Sachen machen. Zum Beispiel feindliche Agenten besiegen oder irgend sowas. Wisst ihr so? Das finde ich halt irgendwo schon total schade, dass da einfach spionagetechnisch so wenig Möglichkeiten gibt. Das ganze Feature könnte man richtig geil aufbauen. Aber bis heute hat man sich einfach nicht mehr dran getraut. Man hat einfach zu viel Angst, dass man etwas erschafft, was zu stark ist. Was wieder den geliebten Multiplayer gefährden könnte. Dieser scheiß Multiplayer macht das ganze Spiel kaputt. Überhaupt keine. Ich habe wirklich gar kein Problem mit Multiplayer. Aber ich finde es halt schade, dass wir so viele Sachen nicht haben oder so viele Sachen limitiert sind wegen dem Multiplayer. Das hat man auch schon öfter gesagt. Und das ist halt auch einfach traurigerweise so. Ich finde es traurig. Aber wir müssen damit leben. So. Und das Schöne ist, wir haben jetzt in der Zwischenzeit hier 16% und da 15%. Jetzt weiß ich aber nicht, wie das ist, wenn wir die Aufstände anzetteln. Bringt uns das jetzt was, wenn wir damit warten, bis die Unterstützung höher ist? Da habe ich halt keine Ahnung. Da gibt es auch keine Infos drüber. Das ist halt schade. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen das jetzt schon mal in Irland. Dann schickt man auch unsere Truppen mit nach Nordirland, um die zu unterstützen. Dann müssen wir auch noch Großbritannien zur Kapitulation bewegen. Aber da steht nicht, dass wir die ganze Insel erobern müssen. Aha. Aha. Aber wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Was passiert, wenn Deutschland die kapitulieren lässt, aber wir sind mit denen mit dem Krieg? Hm. Fragen über Fragen. Bin mir nicht so sicher, ob die Truppen noch rechtzeitig ankommen, weil die kämpfen hier gerade auf den letzten Millimeter an. Scheiße. Ah, verdammte Axt. Naja, der Wille war da, ne? So, dann machen wir die nächsten zwei Aufstände. Wollte ich gerade sagen. Ne, machen wir doch nicht. Was ist das denn? Alter. Der nordische Verteidigungsrat will uns jetzt ein Bündnis haben. Das Problem ist nur, dann werden wir untertan und das will ich nicht. Deswegen lehnen wir das ab. Polen hat übrigens Danzig abgegeben. Hm. Naja, hier hatten wir keine Chance. Jetzt schauen wir mal, ob Schottland eine Chance hat. Ich meine, ich habe auch hier wieder meine Unterstützung schon ausgesendet. Bündnis wäre rein theoretisch sogar möglich, aber weigern sie sich noch ein bisschen, leider. Okay, ich kann dir jetzt doch nicht mehr helfen. Weil der nordische Verteidigungsrat hat mir den Krieg erklärt. Und, ach Leute, Alter, was wir jetzt machen, also eigentlich, wir helfen jetzt einfach mal denen. Ich hoffe, dass Deutschland sich jetzt auch noch einmischt. Sehr gut, Deutschland ist mit im Krieg drinnen. Was ich sehr gut finde, dass die Schotten jetzt kapitulieren, nicht. Schade, ich hätte Schottland gerne geholfen. Mit Wales werden wir noch ein bisschen warten. Und wir treten jetzt Deutschland bei, weil wir müssen ja, wie gesagt, wir müssen, wir müssen ja nicht irgendwo hier alleine kämpfen. Ist ja alles in Ordnung. Oh, geil, die helfen wir doch gleich mit richtig fett viel Wummen. Wir nutzen jetzt einfach Deutschland als Sprungbrett für unsere eigenen Ambitionen. Und wie gesagt, ich denke mal, ÖU wird uns dann auch noch später beitreten. Ja, das sollte jetzt ein easy peasy Ding werden. Die Deutschen werden jetzt einmal über Dänemark, Schweden, Norwegen drüber hinweg rollen, wie ein Panzer über eine kleine Schnecke. Eine Division habe ich auch zu Hause gelassen, um unsere Hauptstadt zu verteidigen. Ist immer schlecht, wenn keiner zu Hause ist und jemand kommt vielleicht mal vorbei und baut Scheiße. Naja, enttäuschenderweise muss ich sagen, die Deutschen stellen sich jetzt gerade gegen Dänemark ein bisschen blöd an. Dafür habe ich es aber nicht eingestellt. Naja, komm, die guten alten Naval Invasions nach Norwegen. Die Dinger sind ja seit 30 Jahren hart geskriptet und funktionieren immer. Also geskriptet nicht, aber das ist halt das, was in der deutschen KI drinnen steckt. Das ist das Einzige, was ich machen darf, wenn Norwegen landen. Ja, Österreich-Ungarn ist der Deutsche Reich, ne, der Deutsches Reich-Kongress beigetreten. Auch sehr schöner Name, aber wie erwartet, das war sehr vorhersehbar. Und natürlich auch gleich dem Krieg mit beigetreten. Natürlich, natürlich. Oh, das ist sehr interessant. Pariser Kommune hat Frankreich den Krieg erklärt. Da werden dann wahrscheinlich gleich die Kommunisten die Kontrolle über das Land übernehmen. Wobei, da sind auch viele Kommunisten. Also kämpfen wir mit Kommunisten, eigentlich gegen Kommunisten. Sehr komisch. Frankreich hat mal wieder die weißen Flangen rausgeholt und innerhalb weniger Tage surrendert gegen Frankreich. Eigentlich auch lustig. Und der südliche Abschreckungssektor hat kapituliert. Auch nordisches Dänemark genannt. Sehr schöner Name jedoch. Auch norwegische Atlantikwall. Nordischer Verteidigungsreich. Ich finde es schön, den Namen. Da ist mir noch nie aufgefallen, dass sie unterschiedliche Namen haben. Naja, mit der Unterstützung von Österreich, Ungarn und Deutschland sind sie jetzt hier durchgebrochen und haben unsere Freunde in Schweden zum Kapitulieren gebracht. Und dabei auch das gesamte Bündnis. Wir holen uns jetzt den südlichen Abschreckungsfaktor. Und diese kleine Insel, das ist ja eigentlich rein theoretisch sowieso unser Gebiet, ne. Wer hätte es gedacht. Und außerdem noch Gotland. Und, was nehmen wir es noch? So viel wie wir können tatsächlich. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Weil wir können nämlich dann theoretisch sogar noch was wiedergründen. Und dadurch, dass außer mir keiner wirklich Interesse an den Gebieten hat, ihr seht das, konnten wir uns auch gut was holen. Sehr geil. Können nämlich rein theoretisch die nordische Einheit verkünden. Das ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so easy. Weil da natürlich ein kleines Bündnis zwischen uns steht. Aber egal, ich habe das trotzdem mal erobert, so für das Protokoll. Deutschland schickt nochmal jede Menge Ausrüstung. Das ist super. Wir können damit unsere Truppen ausstatten. Brauche ich so leider jede Menge Truppen für Garnisonen. Das ist nicht so toll. Das verringern wir mal, indem wir ein bisschen Kavallerie-Divisionchen bauen. Ich habe noch keine Militärpolizei erforscht. Aber allein die Kavallerie sollte uns schon etwas Manpower wieder freimachen. Wir sehen hier deutlich weniger Ausrüstung und deutlich weniger Soldaten. Jawohl, sehr schön. Übrigens, die Sowjetunion immer noch im Bürgerkrieg mit der SSSR. Aber die scheinen echt zu gewinnen heute. Das überrascht mich doch. Das ist halt nicht so ein guter Räder wie die anderen, die halt so unterwegs sind. Meistens bei der SSSR. Das ist immer zufällig, wer da an die Macht kommt. Also beziehungsweise je nachdem, welchen Schwerpunkt die da wählen. Was wir jetzt machen ist, wir greifen jetzt Irland an. Klingt komisch. Ist aber so. Ah ja, die Deutschen machen wieder Autobahn. Ah ja, natürlich. Die Autobahn geht nur, wenn man auch irgendwo hinfahren kann. In dem Fall Frankreich. Mal wieder. Belgien möchte mir die Vision schicken. Ich nehme es jetzt einfach mal an, aber ich verstehe nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Aber gut, beschwere mich mal nicht drüber. Gut, ich habe eventuell gerade kapituliert. Das ist aber nicht weiter dramatisch, glaube ich. Ich habe zum Glück noch ein paar andere Gebiete. Sonst wäre es jetzt hier feier. What the fuck, Alter? Tja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Deutschen irgendwas erreichen. Und natürlich kriegen sie meine Unterstützung. Ich finde es voll interessant, dass sie echt immer noch Sachen zu mir schicken können. Ich habe zwar kapituliert, aber ja, jeder so, hier, nimm, nimm, nimm. Das ist sehr interessant. Die bulgarischen Truppen sind, nachdem ich kapituliert habe, in meiner Hauptstadt gelandet. Und haben die Insel zurückgeobert. Kein Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Eigentlich dürfte es nicht so sein, aber gut. Ich beschwere mich nicht. Malerweise hätten die hier drüben spawnen müssen. In der dann eigentlich neuen Hauptstadt. Aber die sind da gelandet. Und jetzt habe ich dann natürlich die Gelegenheit genutzt. Oder vorhin schon. Und habe meine Truppen hier abgestellt. Zum Verteidigen des Hafens. Damit wir hier britische Invasoren direkt abwehren können. Ja, Hoy 4 macht manchmal schon echt Spaß, muss ich sagen. Und wir haben natürlich noch einen Joker in der Hinterhand. Einen Aufstand in Wales anzetteln. Ja, ja, ja. Deswegen finde ich das super, dass wir die ganzen britischen Divisionen wegmachen können. Aber gut, so viel Glück hast du normalerweise nicht. Worst case, hätte man neu starten müssen. Und ob es dann nochmal so gut gelaufen wäre, keine Ahnung. Excuse me? What the? Gut, da steht nur, dass ich Neufundland besitzen muss. Nicht von wem. Hm, hm. Naja, das Ding könnte haben, ist mir wurscht. Wenn alles gut geht, sollte Belgien jetzt fallen mit dem Fall von Brüssel. Nö, scheinbar nicht. Warum sollte man auch surrendern, ne? Ah, jetzt hat. Na, die Sowjetunion ist aber wirklich ein Player heute. Ich hoffe mal, dass wir nicht gegen die kämpfen müssen heute. Wobei, auf der anderen Seite könnten wir denen sogar beitreten, glaube ich, ne? Oh, das ist eine interessante... Ah, ihr wisst, was ich vorhabe. Wir gewinnen den Krieg mit den Deutschen gegen die Briten. Und dann treten wir den Sowjets bei und greifen die Deutschen an und holen uns die Gebiete hier. Ha, 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 ich bin so schlau. Nö, ich bin eigentlich nur einfach hinter der Liste gescheitert hier. Frankreich wehrt sich zwar echt noch gut, aber ich sag mal, wir gehen auch hier voll hart mit rein. Gucken, dass wir mit aller Gewalt hier vorstoßen. Möglichst hier Warscourt zusammen geiern. Paris ist auch gefallen. Weil ich schon, glaube ich, hier gut mitgeholfen habe. Ja, wollen die jetzt mal surrendern? Ah, Luxemburg. Klar, warum nicht? Wenn schon, denn schon. War eine schnelle Nummer. Was für Streiks, Alter. Ich glaube, die spinnen. Leute, ich brauche doch die politische Macht für die Walliser gleich. Die Sowjets sind jetzt übrigens im Krieg mit den Griechen. Ne, warte mal, hä? Achso, Japan ist jetzt noch im Krieg mit den Alliierten und sowas. Ah, die Vereinigten Staaten sind jetzt auch noch beigetreten. Das ist ein bisschen doof. Ah, Paris lebt wohl. Niederlande übrigens auch, lustigerweise. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Niederlande auch irgendwie in der Action mit drin war. Gott, wir haben 25% Kriegsbeteiligung. Die Deutschen haben 64%. Damit kann ich leben. So, was wir jetzt machen? Ein Aufstand in Wales. Wales sollte jetzt in der Regel eigentlich automatisch dann unserer Bündnis beitreten oder auch nicht. Das werden wir sehen. Und jetzt gucken wir, dass wir da schnellstmöglich hinkommen, um denen zu helfen. Ja, perfekt. Die sind noch tatsächlich direkt in unserer Bündnis mit rein. Truppen sind angekommen, aber leider auch die britischen Truppen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht trotzdem ein bisschen durchkommen, bevor dann die restlichen Einheiten eintreffen. Ich muss ja die Briten zum Kapitulieren bringen, wie auch immer das klappen soll. Ja, die Briten haben um die 60, 70 Divisions. Man kann nur hoffen, dass sie nicht zu Hause sind. Verbündete kommen jetzt auch schon langsam. Ja, gegen die Sowjets möchte ich nicht kämpfen. Wollen die Sowjets erobern. Äh, mit den Sowjets die Deutschen erobern, so ist richtig. Wollen wir mal schauen jetzt mal nach London. London hat jetzt nichts gebracht erstmal. Die Deutschen mit einer Navy Invasion, aber die sind schon wieder zurückgepusht worden. Okay, London hat jetzt nur noch 18 Prozent, das heißt sie surrendern jetzt. Und ich habe keine Ahnung, ob ich derjenige war, der sie surrendern gelassen hat oder jemand anderes. Wenn es jetzt gleich 24 Uhr ist. Und ich habe das Achievement nicht bekommen. Hm, okay. Okay, ich habe gerade herausgefunden, es gibt noch ein paar Möglichkeiten, dass es irgendwie funktioniert. Da müssen wir mal gucken. Also scheinbar, wenn man in einem Bündnis ist und andere Nationen jetzt hier Deutschland Gebiete bekommen, dann klappt das nicht. Relativ bescheuert, aber wir warten mal ab, was die Zukunft da bringt in dem Fall. Vor allem Wales hat ja die Gebiete bekommen. Also es ist komplett bescheuert, ne. Mexikanische Sowjetrepubliken. Das ist big tatsächlich. Lass mal kurz helfen gehen, yo. Das ist jetzt sehr lucky. Vor allem, die sind eh schon relativ strong drauf. Die sind, wir haben keine Infos über die USA, aber die scheinen hier echt einen guten Job zu machen gerade. Ja, Manpower-technisch sind wir deutlich überlegen. Das geht hier drüben richtig krass zur Sache, Alana. Das ist richtig eine harte Nummer, Mann. Aber ich chill hier weiter in den USA und kesseln den ganzen Tag die Vision ein. Das ist so lustig. Wenn die KI so unfähig ist, wir kesseln einfach den ganzen Tag nur die Vision ein. Wenn das möglich ist. Und generieren Warscore ohne Ende. Japan hat sich in der Zwischenzeit die Philippinen gesnackt. Ja, es läuft gut. Wenn die Vereinigten Staaten besiegt haben. Ach, die Indien. Ach, natürlich. Ach, geht mir das auf den Sack mit diesen scheiß Major-Gespamme. Vereinte Balkan-Föderationen. Ich finde das immer total lustig, wenn dieser schwarze Fleck hier aufploppt. Das sieht immer so aus, als ob es verbuggt ist. Früher war das nämlich so, dass wenn man mal Mods gespielt hat oder deaktiviert hat, dass da manche Regionen verbuggt waren. Dann musst du das Spiel neu installieren. Das hat dann so ausgeschaut. Nur halt ohne Namen drin. Schön, dass das gefixt wurde. Natürlich hat Kanada kapituliert, aber dreimal durfte ich raten, was nicht kapituliert hat. Ich kann kotzen. Die Inder sind übrigens auch hart am Sack. Da könnte es vielleicht dann doch demnächst das Ende des Krieges geben. Die sind übrigens bei uns im Bündnis. What the? Nicht euer Ernst. Die haben sich jetzt nicht wirklich Hops nehmen lassen, oder? Ich könnte kotzen. Ich kotze gerade. Ihr seht es nicht, aber ich kotze gerade. Wie kann man denn so ehrenlos sein? Tja, für die Sowjet schaut es nicht mehr so gut aus. Das ist schlecht für mich. Das killt mich gerade alles so ein bisschen. Okay, unsere Hoffnung liegt jetzt voll und ganz auf Japan und so, dass die da einmarschieren. Lustigerweise ist es jetzt britisch Indien wieder back in town. Aber so langsam, aber sicher geht mir auch irgendwo die Lust und Laune abhanden. Wir sind so krass überlegen, aber es klappt einfach noch nicht. Die wollen nicht surrendern. Die haben keinen Bock drauf. Okay, gut. Wir haben nur ein, zwei Sterne gebraucht. Unendlich haben wir die Friedensverhandlung. Gott sei Dank. Das Wichtigste ist Neufundland. Ich hoffe, dass ich da auch gleich das Achievement bekomme dann. Und dann holen wir uns mehr oder weniger das gesamte Vereinigte Königreich. Und beim Rest gucke ich jetzt einfach mal, was ich noch Punkte habe. Und mache mir ein paar Marionetten in ein paar Regionen. Okay, das wird ja nicht schief mehr so interessant. Das haben wir eigentlich gemacht. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es nicht funktioniert. Aber ich habe auch dafür nochmal eine Idee. Tatsächlich. Die Aufstände haben wir schon begonnen. Aber die müssen noch alle gleichzeitig im Krieg mit denen sein. Das ist halt auch bescheuert irgendwie. Aber es ist nicht alles umsonst gewesen bis jetzt, erfreulicherweise. Wir haben als Island erobere Neufundland. Das haben wir schon mal abgeschlossen. 0,2 Prozent aller Spieler. Das ist eines der schwersten Achievements. Das gehört schon bei uns. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben Alba entlassen. Die liegen jetzt genauso wie wir nochmal im Krieg mit den Briten. Und damit fehlt uns jetzt nur noch Nordirland für das Achievement. Ja, ist dann doch etwas einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Wie gesagt, wir müssen nur noch Nordirland irgendwie zurückbekommen. Übrigens Major bei den Alliierten ist jetzt Venezuela. Also das Venezuela. Da müssen wir jetzt nur irgendwie gucken, dass man da landen kann oder so. So. Jetzt machen wir folgendes. Holen jetzt den Rest von Irland und den Briten. So. Jetzt ist es an der Zeit, das Bündnis zu verlassen. No front though. So. Jetzt treten wir den Sowjets bei. Ja, schön ist. Wir werden jetzt gleich dem Krieg beitreten. Und können dann wahrscheinlich relativ problemlos hier zuschlagen und uns die Gebiete holen. Das ist der Plan. Ja, die haben wir übrigens zu unseren Vasallen gemacht, ne? Falls ihr euch erinnert. Ja, die rufe ich aber noch nicht in den Krieg rein. Die hebe ich mir auf als Joker. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir unsere Verbündeten reinrufen, um ein bisschen Druck von der Nordfront zu nehmen. Gut, das ist nicht die Friedenswahn, die ich mir vorgestellt habe. Irgendwie Xinjiang und Mongolei und so haben kapituliert. Ja, aber kann ich halt nichts machen. Unser kleiner Angriff von hinten hat die deutsche Front ein bisschen überfordert. Und dann ein Großteil der deutschen Armee hier gefangen und gefesselt ist. Ja, konnten wir jetzt hier relativ einfach in Europa, also in Deutschland selber, Krawall machen. Aber wie wir sehen können, die haben immer noch nicht wirklich viele Truppen hier. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt hier relativ schnell den Krieg gewinnen können. Und da geht das Deutsche Reich dahin. Jetzt ist Österreich-Ungar noch verbleibender Major. Ja, und damit sind dann auch die Friedenswahnungen angestimmt. Wir gucken jetzt, dass wir alle Gebiete bekommen, die wir benötigen, um die nordische Superliga auszurufen oder wie das Ding heißt. Ja, die Friedenswahnungen sind vorüber. Das ist nur die Frage. Ja, die nordische Einheit. Jetzt sind wir die nordische sozialistische Staaten. Jetzt hat aber, jetzt schaut es doch mal deutlich besser aus als vorher, was alles angeht. Was wir jetzt machen ist, wir entlassen das Vereinigte Königreich. Ja, und werden direkt einen Kriegsspieler rechtfertigen. So, jetzt ist der Plan, dass wir nochmal den Krieg erklären. Wir rufen nicht alle Verbündeten, das ist relativ wichtig. Wir rufen nur unsere drei Vasallen. Und damit haben wir jetzt das Brexit-Achievement bekommen. Das ist jetzt hier weg und taucht irgendwo hier. Hier ist es. Als kommunistisches Island sorgte für das Wales-Schottland und Nordirland gleichzeitig einen Aufstand gegen Großbritannien. führen und im Krieg liegen. Das ist halt der Fehler, den wir gemacht haben damals am Anfang. Die war nicht gleichzeitig mit England im Krieg. So, das haben wir jetzt getan. Und jetzt kapitulieren wir nochmal das Vereinigte Königreich. Und dadurch, dass sie keine Truppen haben, sollte das auch nicht schwierig sein. Und damit haben wir auch das nächste Geekment bekommen. Wie ihr sehen könnt, das ist jetzt hier auch weg. COD Wars als Island kapituliert das Vereinigte Königreich. Und das sind tatsächlich Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Also, ihr könnt nachträglich noch dafür sorgen, dass Wales, Nordirland und Schottland mit Britannien im Krieg liegen. Auch wenn ihr die Briten schon besiegt habt. Ihr könnt die wieder entlassen, wenn sie euer Vasall waren oder wenn ihr sie besetzt habt. Das ist auch total egal, wie viele Provinzen die haben. Hauptsache, ihr entlasst die nochmal und besiegt sie. Damit haben sie quasi deutlich weniger Territorium, die ihr kapitulieren lassen müsst. Das funktioniert dann in der Regel immer. Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt heute drei Achievements abgeschlossen. Einmal das Neufundland erobern. Dann die Briten kapitulieren. Und dafür sorgen, dass die drei hier mit den Briten im Krieg liegen und eine Aufstand machen. Am Ende des Tages hat mich das Ganze jetzt fast elf Stunden gekostet. Ja, war mega gefriemelt. Ich habe zwei, dreimal eventuell alte vier gedrückt. Oder bei den Taskmanager. Aber das bleibt unter uns, okay. Weil die eine oder andere Sache ist doch etwas unglücklich gelaufen. Da hatten wir mega viel Glück, dass Bulgariens Truppen einfach in unserer Hauptstadt gesponsert und unsere Insel zurückerobern konnten. Aber alles in allem mega nervig und macht überhaupt keinen Spaß. Aber irgendwie hat es mich jetzt trotzdem gefreut, dass wir es geschafft haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, geholfen. Ihr habt was gelernt und könnt das Ganze selber angehen in Zukunft. Ich bin raus für heute. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und nicht vergessen, keine Krabben essen. Und nicht vergessen. Vielen Dank.